Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Together mit Spalloff und dem Rekorn. So, wir wollen in den Nether aufbrechen, weil wir da etwas farmen wollen. Ja, Erfahrung und Lava. Und wir sind eigentlich auch ganz gut vorbereitet. Ja, ja doch. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Wird der Nether uns killen oder killen wir den Nether? Das ist die Frage. Rekorn traut sich sowieso nur in den Nether, weil er verzauberte Sachen hat. Warte, warte, warte. Was muss eine Leertaste drücken beim Hochlaufen? Ja, bist du schneller oben. Aber Spam. Spammen. Alter. Okay. Ja. 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 Wo seid ihr denn? Oben. Wo geht's jetzt lang? Hier. Wo ist die Quarze? Wo ist das Quarz? Überall. Aua. Wir könnten hier bei der Netherfestung, hier rechts, da gibt's überall drumherum immer ordentlich. Hier gibt's noch Lohn. Warte, Stopp, ich hau mir direkt meine Feuerresistenz rein. Dann kann der mir nämlich gar nichts. Hier wird mir ins Ohr geschlürft. Dann schlürf ich dich auch zu. Glaub ich hab grad fast ein Schwein gehauen. Nein. Lass es nicht. Wo sind denn die Lohn? Hallo Lohn. Hier ist ein Gast. Wo? Da hinten. Oh, da unten, aber der ist bei der Lava. Da sind die Lohn. Hallo Lohn. Hey, verpiss dich. Bom bom. Bom. Boing. Oh, daneben. Oh, komm. Warte. Boah. Oh, er hat aber nix gebraucht. Kann da... Warte, mach ich. Erfahrung. Kannst du in der Lava sammeln gehen? Iiii, ich brenne. Ja, das können wir. Apropos, ja stimmt. Lava. Wo geht's denn hier? Zu Lava. Ist mir letzter nicht schwer zu finden. Moment, äh, wo hab ich denn hier Feuerresistenz? Uuuuh. Äh. Ich sammle meine Eimerchen voller Lava. Ah, ist schön hier unten. Wo bist du denn? Hallo. Schön warm. Ich muss mal hier ein bisschen Licht. Oh, da ist ein Gast. Wo? Gerade frisch gespawnt. Oh, hm. So upper. Neneeneene. Oh, komm ich stell genug ans Land. Oh, ist das nicht schön. Heute hier, der Lavaaufzug, der ist... Langsam. Guck dir das an, wie grott der Lavaaufzug heute ist. Ich hab dich getroffen. Ich hab ihn auch mit Bogen getroffen. Oh, guck. Ich geh jetzt hier in die High. Tüüüü. Ah. 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 Ich treff die nicht. Mein Bogen kommt nicht so hoch. Oh. Ich fang's auf. Oh, nö. Da ist es verbutschelt. Ah, ich brenne. So, Leute. Wir haben genug Lava-Eimer. Ach, wirklich? Die Mission ist geglückt. Mein Wetter ist voll. Ja, wir müssen aber auch noch hier, ne, Dinger sammeln für deine Tränke. Wir haben ja hier genug, äh, Truhen. Wir haben noch ein bisschen Quarz. Ja, Quarz ist gut zum Leveln. Walters, das wär richtig geil. Da hast du ja, wenn du ne Stunde durchfarmst, hast du ja richtig viel. Ne Stunde. Was? Fuck, ey. Von 15 Minuten bist du fast Level 30, je nachdem wie viel Quarz du findest. Feuerresistenz? Trank der Regeneration? Gut, dass wir in diesem Gebiet noch nicht so intensiv... Hat jemand noch Platz im Inventar? Äh, ja. Komm mal her. Wenn ich weiß, wie du bist. Er will dir Eimer geben. Hab ich befürchtet. Warum brenne ich denn jetzt all the time? Weil du grad aus dem Lava geschwommen. Rekron sammelt Pilze, stimmt's? Äh, ne. Pilze, ja. Ich bin grad hier am Aufbau. Ich bin hinter dir. Ah! Ja, Pilze. Ich brauch auch Pilze, stimmt. Wir bräuchten mal Wither and Skelettschädel. Ja, in der alten... Lock. Frallof läuft da unten lang irgendwo. Hallo. Ja, ich muss... Ich brauch jemanden, der mir was abnimmt. Sonst kann ich mich nicht rausbauen. Ja. Äh... Okay. Hm? Äh... Der ist da unten. Der läuft da unten. Entlang. Wir brauchen die Lava einmal ja zum, äh... Kochen. Naja, eigentlich haben wir ja genug Kohle. Abkochen. Zum Kochen. So. Da wäre... Da bist du. Äh? Hiiii! Wo bist du denn? Ja, dann komm! Hurra! Oi! Ach man, ich hatte gerade aufgehört zu brennen. Okay. Komm her! Ja, aber nicht zu spammen, ne? So vier, fünf kannst du mir geben. Gut. Vier. Vier, fünf. Nein, vier. Fünf. Hey, du hast nur drei! Nein! Ja! Okay. Achso, ich sollte auch mal was... Lava-Eimer... Vertrank der Unsichtbarkeit, den geb ich mir auch mal. Ja, gut. Und tschüss. Seh dich immer noch. Und tschüss. Nein! Deine Rüstung. Hallo! Sehen die Schweine mich dann noch, wenn ich sie töte? Warte, was passiert, wenn ich sie in die Lava reinschubse? Äh... So, so nix. Lol. Die brennen gar nicht mal. Ja, nee. Wie schießt denn du? Der... Ein Gas. Hallo, komm. Hast du den denn eingeladen? Nein, eigentlich nicht. Das ist ein Hund, der... Der... Unerwünscht. Ach, ist das nicht herrlich. Hier ist so richtig schön viel Farben, Farben, Farben. Ich farme... Oh, oh, oh! Ich hätte fast das Schwein gehauen. Ach, selbst wenn. Wo ist denn nochmal so richtig schöne Quarzader? Der hat meine Blöcke weggemacht. Äh... Einfach so. Ohne zu fragen. Hier oben kann... Könntest du... Äh... Etwas Quarz sammeln. Oh, hier unten. Folgendes Quarz ist mir scheißegal. Ich will die Erfahrungspunkte da drin. Wo ist denn unser Gast? Den habe ich schon getötet. Achso. So, also warten. Da könnte er... Äh... Sammeln. Und da ist... Hier oben kann man auch gut sammeln. Wo, wo bist... Wo seid ihr denn? Oben. Oben. Weder. Na, wie geht's? Ja, warte. Ich bin unterwegs. Doch nicht über der Lava. Uh! Äh... Wie sieht es eigentlich aus? Waren wir eigentlich schon gemeinsam mit dem End im Let's Play? Nee. Wir waren noch nie. Oh, kacke. Äh, doch... Ja, weißt du was wir dann jetzt mal machen, würde ich sagen? Wir gehen in der realen, normalen Welt... Also nicht... Also in der normalen Welt gehen wir mal Endermans jagen. Was haltet ihr denn davon? Da machen wir uns Ender. Und dann gehen wir mal das End suchen. Wer meinste? Naja, egal genug werden will, ja. Hä? Ich mein, ist ja nicht so, dass wir noch ein paar Stecks Dias haben oder so. Ja, also von daher. Ab geht's. DIA-Rüstung basteln. Für jeden zwei. Na. Zwei. Ne, für jeden eine. Und dann, äh... Gehen wir mal los. Erst suchen wir Endermänner. Töten Endermänner ohne Ende. Mit Unsichtbarkeitstränken ist das ja wunderbar. Ach, Quatsch. Ist doch Verschwendung. Na, wann kommt der denn mal? Ja, aber was haltet ihr denn von der Idee, mal, äh, das End aufzusuchen? Extra gegen, so an für sich. Wie viel Ender-Augen brauchen wir dafür? Es kommt drauf an, wo das End ist. Ne, ne, ne. Ich mein, ganz am Ende, wenn man die einsetzen muss. Da brauchen wir auch noch was. Ja, da braucht man zwölf, glaub ich. Zwölf? Zwölf. Wo? Wo seid ihr? Äh, in der Festung. Da hat grad jemand Schaden bekommen. Ohja, das war ich. Warte, Feuerschutz, hab ich nicht mehr so viel. Oh. Da bist du ja. Eine leere Hülle. Ne. Wo ist denn hier noch ein Gas? Feuerresistenz nachtrinken. So. Äh. Gerade hier. So, wo war das jetzt mit der, äh, Quarzader? Also, du kannst hier hinten einmal. Da kannst du mal sehen, wie viel da überhaupt ist. Ja, hier ist. Und hier oben kannst du richtig viel. Du brauchst mal Haltbarkeitszauber, ey. Wo? Äh. Ach, der hat dich invisiert. Ja, ich hab nicht mehr so lange gefeuert, sonst würde ich ihm jetzt hinterher springen. Landest du in der Lava, das war's? So, wo? Oh. Oh, hallo. Ja. Was wollt ihr von mir? Ne. Aua. Wer stirbt da gerade? Ich nicht. Ich hab nur ein bisschen... Wo, Fabi? Wo kannst du sammeln? Hier oben. Wo bist du denn? Oben. Treppe hoch. So. Genau da. Wo? Hier, hinter dir. Da oben. Nein. Hier. Aua. Oh mein Gott. Hier oben. Hast du mich angeschossen? Ach nein. Ne, die Loren. Höchsterscheinig. Oh nee, das war der Fabi mit dem Feuerbein. Nein, das war eine Lore. Ich hab gedacht... Ja, ist klar. Ich hab's doch gehört. Ja, was hast du gehört? Böung. Ich hab gedacht... Böung, ja ich schieß Loren ab. Ich hab gedacht, ein Withernskelett hat mich erwischt, ey. Dann hättest du aber einen anderen Effekt. Bist du jetzt auch da? Hier, oder was? Naja, das ist doch so. Soll das Pferd? Hast du dich mal eingehauen? Ich meine, es ist immer so aggro. Warum sind die böse jetzt? Pferd ist gehauen. Weiß nicht, die wirken so aggro. Na du? Na? Ja, sie hören sich nicht aggro an, ja. Na du? Au. Lol, die hauen mich. Aua. Wer hat die denn gehauen? Los, tötet sie alle. Sterb. Sterb, sterb. Gib Goldnuggets, Leute. Jetzt wird Schweine gefarmt. Oh, oh. Soll. Waren das schon alle? Waren das schon alle? Waren das schon alle? Nur zwei Goldnuggets, Alter. Ich hab drei. Sie sind aber noch immer aggro. Ja, ja. Das dauert jetzt. Trond Petri, hast du sie gehauen? Ich hab eigentlich nichts gemacht. Eigentlich? Ich, ich, also... Ah! Verpiss dich. Hat jemand zufällig noch eine Spitzhacke dabei? Äh, ja, eine, die ist angeknackst. Das ist egal. Ich kann auch noch welche machen, so. Gut, weil ich bräuchte mal eine. Wo bist denn du? Na, ihr kleinen Agro-Viecher? Ah, da. Immer die World Bank am Start, ey. Klar. Da. Noch vier Minuten vierzig Feuerschutz hab ich. Schnapp sind wir. Ah, danke dir. Brauchst du irgendwas, Rekon? Ah! Nö, nö, ich hab alles. Du, 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 du. Komm her! So, komm. Oh, nö, jetzt bekämpft den Gäst ohne mich. Komm! So, komm. Nimm mich. Nimm mich! Hallo, du Gast. Mein freundlicher Gast. Hast du ihn eingeladen? Ey, jetzt hast du's weggeforsen. Ja! Erfahrung. Schnell alles lösen hier. Immer dieses Anrufen. Ich hab jetzt zwei Goldschwert im Inventar. Ich geh zu. Was hast du? Kohle, Knochen, verrottetes Fleisch. Ach, Goldnagels kann ich aber halten. Nein! So. So, wo geht's jetzt hier nochmal? Ich brauch mehr Erze. Ja, guck dich um. Da oben zum Beispiel ganz viele. Wo? Da oben. Ganz viele. Oh. Was ist das? Nur hinbauen. Und tschüss. Baust du mir da gerade alles unterm Arsch weg? Ach, ich will nur ein paar Blöcke haben. So. Ähm, mach ich nochmal ein paar Facklis. Wenn ich jetzt runterfalle, ey, dann bin ich so im Arsch. Na ja auch. So. Oh. Komm her. Kohle. Wo ist denn hier? Kohle, Kohle, Kohle. Mhm. So. Ja, also. Ich würd sagen, nachdem wir hier fertig sind, gehen wir mal, äh, Endermans fangen. Ich definiere fertig. Oh. Ich bin jetzt auf Level 14. Wo sind hier viele Loren? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wusstet ihr, was an der Decke, was an der Decke vom Nether ist? Äh, Bedrock. Ja. Aua. Alles nur deine Schuld, Fabi. Ja, wieso meine Schuld? Du hast mir die Blöcke unterm Arsch weggebaut. Ich muss ja nicht gleich da runterspringen. Tja. Ich hab' ja grad gegen sieben Loren. Hallo, liebe Zombie-Pigmen. So. Hallo, Lore. Wuuu. Hallo, du. Na? Uuuu. Oh. Du, 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 du. Komm. Achso, ich sollte mal was essen. Da hast du aber kein Zielwasser getrunken, liebe Lore. Nein. Ja, ich steh' genau vor ihr. Okay, Leute, wir haben hier noch, wir haben hier noch Stuff. Nee. Lore, du, du Feigling. Komm her. Okay, warte, ich komm. Komm zu euch. Schäf euch, warte. Mann, oh. Mann, oh. Mein will das Skelett. Wo ist das Ding? Geh weg, du Schwein. Ich mag eh keiner. Wir spielen hier auf der Festung. Hallo. Herze. Tschüss. Schwein. Das war ein Schwein. Na toll, jetzt sind sie alle wieder aggro. Ja. Ich würde auch aggro auf mich. Achtung. Höh. Nein. Lass mich in Ruhe. Weißt du, will ich hier in Ruhe meine Erfahrungen spawnen, ist klar, farmen. Und die, ne, versuchen mich alle tot zu machen, die Dreckschweine da. Das sind halt Schweine. Ja, du hast gut erkannt, das sind Schweine. Schweine halt. Oh, ich bin leid 15. 16. Ich töte ja bloß Schweine. Radoff. Ja. Äh, hier. Ich habe kein Zeug Platz mehr im Inventar. Was liegt mal durch den Stangen? Mann. Warum habt ihr kein Zielwasser getrunken, hä? Die Musik, alter. Na, Lore? Wo seid ihr denn? Ähm. Auf der Festung. Ahaha. Wurder Skelett, komm her. Ich will auch mal Wurder Skelett töten. Aua. Aua. Nein, das sind meine Karotten. Du Schwein, das ist nicht für dich. Meins ist mein Essen. Ah, da krieg ich Magmaslime. Oh. Oink. Scheiße, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oink, 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 oink. Achso, hier. Bum, bum, bum. Du, Feiking. Oh, ein Braustand. Oh, Erz. Hallo? Ja, du traust dich ja sowieso nur, weil du da in Sicherheit bist, ne? Du, Feige, Lore, du. Und zielen kannst du nicht. Hallo? Liebe, liebe Lore, äh, Lohe. Haben wir noch ein Vizar-Skelett? Rikron, wo ist der Rikron? Äh, Loren, äh, Loren am Töten. Habe ich noch Feuerschutz? Ich habe keinen Feuerschutz mehr. Hat jemand noch Feuerschutz für mich? Äh. Ich habe noch eine Flasche dabei. Scheiße, Glasflasche. Ich habe erst mal Trank der Stärke getrunken. Heilung. Trank der Schnelligkeit. Komm, den gebe ich mir jetzt auch noch. Ich hätte es immer schon mal 8 Lohnschlangen. Oh, danke. Ich laufe mal gerade zu der Lohe da rüber. Boah, hoppla, beiseite. Ah, jetzt hätte ein Loren Stamm getroppt. Äh, ich habe bisher 2. Oh, kacke. Oh, nein. Was ist? Ich bin durch den Block, äh, durch den Block gebackt. Bist du tot? Ja. Nein, oh nein. Ich stand auf dem Block und bin durch den Block gefallen. Nein. Rikron, na. Heil. Er durfte nicht sterben. Okay, ich würde sagen, mit dem Tod eines neuen Mitglieds, jetzt können wir auch nach Hause gehen. Das ist traurig. Was heißt denn eines neuen Mitglieds hier? Eines Mitglieds. Dann halt. So, dann muss ich den Weg. Ich nehme den Baustand mal mit, wenn ich es könnte. Toll, ich muss mir jetzt irgendeinen Trank noch reinballern. Ich bin gleich da. Da kann ich meinen Stuff holen. Aber wieso falle ich denn durch den Block durch? Okay, ich gehe nach Hause, lager Zeug ein und dann, äh, mache ich mich bereit, beziehungsweise, mache ich Zeug fertig für die Endermann-Suche. Wo bist du denn überhaupt gestürzt? Hier, oder was? War gar nicht mehr so hoch. Äh. Hey, lass mich in Ruhe. Ich habe kein Leben mehr. Muss, 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 muss mit Bogen. Musst ja eigentlich in dem Gebiet auch rumgammeln. Booyah, Leute. Ach, ist das unordentlich. Wo ist denn meine Lore? Oh Gott, ey. Wo soll ich denn die ganzen Lava-Eimer mal hin tun? In Öfen. Ich glaube, ich packe vier davon schon mal oben hin und den Rest bringe ich ins Großlager. Das ist so bequem, dass man nichts machen muss, wenn man wohin will. Er dreht sich nicht, Leute. Da war doch nicht. Oh, hier ist überall Kohle drin im Ofen. Was soll der Scheiß denn? Aber warte, neben der Truhe ist doch ein... Ha, neben dem Ofen ist eine Truhe. Da packe ich mal ganz viele Lava-Eimer jetzt rein. So. So. Wo kommt denn das Nether-Quarz-Erz-Blah-Gedönsel? Gibt es das hier im kleinen Lager? Nein, Eier! Ich will nicht bei den Eiern vorbei, sonst habe ich die ganze Tasche wieder volle Eier, ey. Jetzt eigentlich alles, ja. Also, das ist schon ein bisschen unlogisch. Mit Rüstung sterbe ich, sterbe ich, aber so ohne Rüstung nicht. Ne, ich muss jetzt Großlager fahren. Ach man, meine ganze Erfahrung. Ja, ich bin jetzt wieder Level 17. Ach, ich bin 8. Nein, 9. Was machst du? Ab zum Großlager. Achso, hast du Quarz gesammelt. Na ja. Na ja. Ist das ein Bruderskelett? Nein. Geront hat er... Oh, da fliegt sie gar nicht weit. Leute! Da ist ein Bruderskelett. Ja, sammelt mal Köppe, ey. Oh Mann, das wollte ich gerade holen. Wo ist denn? Wo ist denn? Gold. Gold. Lapiz Lasuli. Glowstone. Warte mal, wo sind denn Sachen für Nether? Leider kein Kopf. Blah. Wo gammelst du denn jetzt schon wiederum? Ach da. Ah, ey. 42 Öfen. Leute, was machen wir denn mit so viel Öfen? Endstellen. Deko. Eimer. Alter, wie viele Eimer. Türen. Fackeln. Oh ja, Fackeln könnte ich mal gut gebrauchen. Toch, danke. Mal einmal auffrischen. Ja, sind halt alles so gekommen, weil ich ja die Monsterfalle da ausgehoben habe. Da muss ich ja viel Sachen schmelzen und so weiter. Also habe ich pro Etage immer so... Oh Gott, Stein. Sechs. Sechs bis neun Öfen gehabt. So, wo treibt sich Rikon her? Ähm, oben. Ich frag mich grad, das Großlager, da ist ja gar nicht so viel drin. Oder seh ich das einfach nur alles nicht? Was suchst du denn? Die Kiste für das Netherzeug. Das ist auch irgendwo da. Weil hier ist fast keine Truhe benutzt? Naja, es sind sehr viele Truhen. Aber hier ist gar nicht so viel drin irgendwie. Wo ist denn der ganze Kram? Wer hat denn denn gegessen hier? Irgendwann. In der Holztruhe sind auch nur 32 Eichenholz. Weil's die Eichentruhe ist? Ja, aber... Achso. Es gibt die Birkentruhe, äh, Rote Eichen und, äh, so weiter. Aber hier ist noch nicht... Hier ist überall nicht so viel drin, ne? Naja, wenn's halt gebraut wird und nicht wieder neu gefarmt wird, dann... Ich glaub, Leute, uns geht langsam der Stuff-Haus. Ach nee, vielleicht das Holz, aber der Stuff-Haus nicht. Nein. Also Eisen schon mal gar nicht. Gut, egal. Ich geh, äh... Geh jetzt nach oben. So, also, was wolltest du haben? Ich? Ja, aber suchst du. Achso, äh, eigentlich brauch ich jetzt nix mehr. Wir können eigentlich losstiefeln. So, ach hier, guck mal, da ist auch noch ein Lager. Kohle, Kohle. Alter, hier... Ach ja, hier ist unser, äh, mh, Brennraum. Die, das ist die Küche. Hilfe. Mit ganz viel Tricht da rum. Du musst ja schon durch das ganze Lager gehen, ne? Um die ganzen Sachen zu holen. Ja, ja. Ich packe jetzt aber einen Großteil noch bei mir ins Zimmer, wenn noch Platz ist. Los, der von was? Von, äh... Ach ja, hier Nether-Quarze. Da sind ja noch viele drin. So. Also... Oh, scheiße. So. Klar, das meiste ist noch unbelegend. Aber... Einen Tintenbeutel. Ne. Na, Angel nehm ich mal mit. Ich würd's wohl... Was könnten wir denn alles auf der Reise gebrauchen, wenn wir Endermans jagen? Kürbisse. Stimmt, Kürbisse. Du hast recht. Ja, aber wenn wir gegen sie kämpfen wollen, ist es gut, wenn sie uns angreifen, sonst laufen sie weg. Echt? Na ja, nicht unbedingt, aber... Aber ist egal, sie sehen uns dann hier nicht. Das ist gut. Kürbisse hab ich hier schon mal zwei. Können wir... Wir haben ja noch genug davon. Aber ich glaub, wir sollten mal... Ich hatte nicht auf die Uhr geguckt, aber ich... Den Part beenden, ja. Der war schon ein Doppelpart. Dann würd ich sagen, in der nächsten Folge... Sehen wir uns wieder, wenn wir aufbrechen auf die Reise... ...um Endermans zu jagen. Möge die Nacht nicht enden. Ja, bis zum nächsten Part, liebe Freunde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.